Linguistik in 60 Sekunden Nummer 15 Worin unterscheiden sich literaturwissenschaftlicher und sprachwissenschaftlicher Diskursbegriff? Der literaturwissenschaftliche Gebrauch des Diskurses schließt vor allem an Foucault und meist auch an Habermas an. Foucaults Anliegen war, historische Sprachpraxen anhand der überlieferten Quellen in einer Archäologie des Wissens freizulegen. Ihn interessierten der Zusammenhang von Diskurs, Macht und Wissen sowie die Mechanismen, die Diskurse steuern, lenken und kontrollieren. Habermas legte den Schwerpunkt auf diese Diskurssteuerungen, wenn er als Diskurs die Aushandlungsprozesse problematisch gewordener Geltungsansprüche versteht. Beide Ansätze werden auch in der Linguistik produktiv. Busse betonte die pragmatischen Aspekte des Sprachgebrauchs und des Sprachhandelns schließlich noch stärker als Habermas. Wissen sedimentiere nicht nur in Sprache, sondern werde durch sie in Aushandlungsprozessen zugleich hervorgebracht. Sieht man von der Vorstellung des Diskurses als virtuellem Korpus ab, unterscheidet sich der Diskursbegriff zwischen Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft vor allem hinsichtlich der Prämissen. Für die Diskurslinguistik sind das Sprache konserviert und konstituiert Wissen in komplexen kommunikativen Praxen. Die Übersicht über die verwendete Literatur ist im Kommentarbereich verlinkt.